Wir sind hier in Brühl an diesem Standort seit 1995, vorher waren wir noch im Volkspark mit unserem Lager. Dann haben wir uns entschieden hier neu zu bauen, haben noch eine Ausstellung in der Stadt und ein Abholager in Köln. Es sind 40 Mitarbeiter roundabout und seit 1949 am Markt, also ein alteingesessenes Unternehmen hier in Brühl. Die Ziele waren für mich, dass wir im Prinzip mit den ganzen Mitgliedern auf einer Basis hinterarbeiten. Jetzt wurstelt, ich sag's mal so in Anführungsstrichen, jeder so vor sich hin auf seinem eigenen System und Ziel ist es für mich, dass wir es schaffen, eine Basis bei allen anderen Mitgliedsfirmen zu haben, dass wir untereinander besser kommunizieren können und die Sanitärunion ist uns da jetzt auch schon einen Schritt voraus gekommen. Die hat ja auch mit Gewiss und WWS jetzt ein neues Programm bekommen seit Anfang des Jahres und so sprechen wir hinterher eine gemeinsame Sprache, können besser untereinander kommunizieren, Ware austauschen und das hat für mich einen hohen Stellenwert. Also mit diesem Team, was wir da zusammen gemacht haben und auch mit den Key-Usern haben wir gute Vorarbeit geleistet in den ersten Monaten, damit wir dann zum 1.7., das muss man ja auch sagen, termingerecht gestartet haben. Das haben wir dann mit einem Kraftakt von unserer Seite, aber auch von Gewiss, die sich da wirklich oder GWS, die sich da wirklich ins Zeug gelegt haben, muss man lobend erwähnen und Herrn Lang und Frau Camporese und das ganze Team hier logischerweise auch, dass wir zum 1.7. hier termingerecht gestartet sind. Wir konnten Lieferscheine schreiben, die LKWs gingen raus und die Rechnungen auch. Also das, was man so grundlegend immer voraussetzt, dass es auch funktioniert, hat am 1.7. geklappt. Man sieht direkt, kann ich liefern, kann ich nicht liefern. Das ist schon komfortabler. Und die Geschwindigkeit ist auch in Ordnung, kann ich nichts Negatives gegen sagen. Also das System reagiert schnell und die Suchfunktion finde ich klasse. Also das ist ein Tastendruck und alles wird aufgepoppt. Die Firma GWS wurde vor 23 Jahren gegründet und beschäftigt heute mehr als 330 Mitarbeiter an den Standorten Münster, München, Nürnberg und Leonberg. Für die MKG-Gruppe ist mit Sicherheit von großer Bedeutung, dass wir als GWS eine standardisierte und eine bereits im Markt etablierte Branchenlösung anbieten können, welche auf der ERP-Plattform von Microsoft basiert. Mit Microsoft haben wir einen starken und zuverlässigen Partner, der eine stetige Weiterentwicklung garantiert. Die GWS ERP ist eine Gesamtlösung mit einer hohen Vielfalt an Funktionalitäten, weg von den Insellösungen und hin zu einer Lösung, alles aus einer Hand. Das heißt also, dass zum Beispiel auch die Finanzbuchhaltung und auch das Dokumentenmanagement in Gewiss voll integriert ist. Durch die Skalierbarkeit der Branchenlösung Gewiss ERP ist es zudem möglich, unterschiedliche Größenordnungen oder Unternehmensgrößen abzudecken. Das Thema Weiterentwicklung war natürlich für den Kunden Fussel immer in Zusammenarbeit mit der Firma GWS und der Firma Langcoaching, elementarer Bestandteil des Projektes. Der Stand, der hier erarbeitet worden ist, wird kontinuierlich als iterativer Prozess weiterentwickelt, um auch in Zukunft den nächsten Installationen immer den neuen Stand, der die Weiterentwicklung alle enthält, bereits vollständig zu übergeben, um dort dann wieder die nächsten Weiterentwicklungen für den Folgekunden zu leisten, um letztendlich auf dieser zukunftsorientierten Plattform auch in den nächsten Jahren up-to-date zu sein. Hier ist natürlich wichtig die Skalierbarkeit der Software. Das heißt, wir können letztendlich jede Größe eines Unternehmens, die in dieser Gruppe vorhanden ist, abbilden. Die Vorteile, die sich für den Kunden ergeben, ist zum Beispiel ein Rollencenter. Das heißt, in Gewiss haben wir eine Oberfläche, die für jeden Benutzer oder die für jede Rolle angepasst werden kann und nur die Informationen auch für den Kunden preisgibt, die er benötigt. Das heißt, der Kunde muss am Bildschirm zum Beispiel nicht mehr selektieren, welche Informationen sind relevant und welche nicht, sondern er kriegt nur die, die er benötigt. Weitere Vorteile, auch hier, die sich im Projekt ergeben haben, dass wir diverse Insellösungen abgelöst haben und direkt integriert haben, zum Beispiel elektronische Rechnungsverarbeitung. Die Köpfe werden von der Sanitärunion direkt zur Verfügung gestellt und können in Gewiss aufgerufen werden und direkt bearbeitet werden. Ein nächster Vorteil, den wir noch haben, ist auch das Archiv. Das heißt, der Kunde ruft an und möchte gerne einen Liefernachweis haben. Ich kann über den Auftrag verknüpft mit dem Dokumentenmanagementsystem direkt den Lieferschein aufrufen, letztendlich auch dem Kunden zukommen lassen als Liefernachweis. Das ist alles verzahnt und bedarf keiner externen Software. Als zusätzliche Highlights, die wir dann auch in der Regel in einem Step 2 implementieren, gibt es zum Beispiel die Angebotsprofile, wo ich einfach hingehen kann und sage, jeder Verkäufer muss seinem Angebot nachgehen. Warum habe ich dieses Angebot verloren? War es der Preis? War es eine Verfügbarkeit? Um sowas nachzuhalten und dann auch nachhaltig im System zu reagieren und zu handeln. Ein weiterer großer Punkt ist zum Beispiel die Anbindung an der Telefonanlage an Gewiss ERP. Das sogenannte CTI kann ich gewährleisten, dass, wenn der Kunde anruft, ich die Telefonnummer oben sehe, direkt in das Vertriebscockpit einsteigen kann. Das heißt, der Debitor ist vorbelegt. Ich kann sofort debitorbezogene Preise für Artikel rausgeben. Ich kann Verfügbarkeiten einsehen und den Kunden sehr schnell beauskunften, ohne vorher den Kunden suchen zu müssen. Was zum Beispiel für die Thekenmitarbeiter sehr sinnvoll ist, ist eine sogenannte Schnellerfassung. Ich kann in Gewiss ERP definieren, welche Spalten ich in welcher Reihenfolge anspringen möchte. Das heißt, wenn ich nur Artikelmenge anspringen möchte, was im Thekengeschäft vollkommen ausreichend ist, sind diese beiden Fälle schneller Fassungen und ich kann diese sofort nacheinander anspringen. Wenn ich fertig bin, gelange ich in die nächste Zeit und kann sofort durchgängig alles erfassen. Ein weiterer sehr großer Vorteil ist natürlich, dass, wenn in einer Gruppe ein standardisierter Prozess gelebt und eine standardisierte Software zum Einsatz kommt, dass ich dann natürlich auch Beauskunftungen zwischen den Systemen vornehmen kann. Das heißt, wenn ich einen Bestand hier nicht habe, kann ich bei einem befreundeten Unternehmen meiner Gruppe nachschauen und eventuell den Kunden auf die Verfügbarkeit dieses Artikels bei dem MKG-Mitglied darauf hinweisen und der Kunde geht nicht in eine andere Gruppe, sondern kauft innerhalb der Gruppe diesen Artikel. Die Erfahrung, die wir als Gewiss ERP gewonnen haben im Projekt Fussel, helft uns sehr dabei, nun auch die nächsten Projekte innerhalb der MKG-Gruppe gemeinsam mit LANG Coaching zu realisieren. Jetzt habe ich eine Praktikantin bekommen gestern, die, ich sage mal, Microsoft-fähig ist oder sie kennt es und sie ist da durchgeflogen. Also ich musste, ich habe eine Viertelstunde irgendwas erklärt und sie hat die Rechnungsprüfung kapiert. Das war für mich so ein Zeichen gut, wenn man sich in den Windows-Oberflächen ein bisschen auskennt und eine Scheu ablegt, dann geht das relativ einfach.